Hey, du bist schon am Filmen? So hin, nach vorne, nach rechts. Gut. Ich dachte, wir machen es nur, weil der Wagen gekommen ist. Hallo, wir sind hier in Davos vor dem Interkontinental. Nein, ich habe es wieder falsch gemacht. Hallo, wir sind hier in Davos vor dem Interkontinental. Über das Goldene Ei hat man schon viel gelesen. Ob einem die Goldene Fassade gefällt oder nicht, das ist Geschmackssache. Wir wollen mal die inneren Werte sehen. Darum gehen wir es heute anschauen. Mikro!